Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue Folge 29. Geht gut in sich, Captain! Das war ein paar Bugs, da vorne ist auch wieder Pfeiflut. Pfeiflut, wir sind so Pfeiflut. Hier macht sein. Geht in abban! Gatle, ihr Bladren-Roses! Gatle, hoch, ihr Bladren-Roses! Geht in abbon! Oh, ihr Pinks und Palsies! Gatle, ihr Bladren-Roses! Gatle, hoch und knofs sind auch in abbon! Gatle, Zannacat! Tacht gut vor deinem Wrackkästen. Sollen wir mal steigen? Na, wir kommen vom Kurs ab! Alles festgezogen! Auf Boston! Wir haben ein Auseinanderlob! Ja. Da ist immer wieder hier raus. Der Wind rüscht auf. Wenn ich mir auch da bin. Wagemut. 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 Ich weiß es nicht. Diese Flüsse sind nicht tief genug für ein hochseetüchtiges Schiff. Es ist fast unmöglich zu manövrieren. Auf Beweglichkeit kommt es nicht an. Nun, ich will nicht herausfinden, worauf es ankommt. Halten wir uns fern. Wir können es umschiffen. Bleiben wir einfach auf kleineren Flüssen, wo es nicht folgen kann. Und bleibt möglichst unentdeckt. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Warum bringen die Franzosen so ein Schiff Land einwärts? Mit fortschreitendem Krieg werden sie immer verzweifelter. Sie tun alles, um mehr Feuerkraft zu erhalten. Nichts gegen Captain Cook, aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen die Ehre hatte. Ist nicht wirklich mein Typ. Haha, wisst ihr, die Franzosen haben einen gewissen Charme. Habe ich euch je von Madame Renette erzählt? Das ist nicht mein echter Name, aber... Nein, richtig. Ich kenne einen guten Ort, wo ihr von Bord füllt. Segelt los! Wie lautet der Plan? Es wäre toll, Kühn, das vor Einbach zu stürmen. Ei, wir müssen wissen, woran wir sind. Ich kümmere mich darum. In der Tat. Suchen wir einen sicheren Ankerplatz. Treibt gut, könnte wertvoll sein. Freimaltverlust. So, wenn ich nicht spiele, dann sind wir nicht wieder entdeckt. Boah, das geht doch. Dort, die Ile de Pense. Die gefährliche Verfolgung. Vermutlich Militärpreise. Hier kann man anhalten. Begele reffen! Raus aus der Böe! Ich gehe zum Vor und finde heraus, was Adewale dort treibt. Bleibt mit dem Orrgan in der Nähe. Und Platz. Hier, dann kann ich gleich wieder, weil es noch kalt ist. Ich mache mir mein Glück. Ja, also, alles darf ich doch landen. Jetzt mal den AdWale ausfinde. Militärpreise. Nein, schön! Es steht. Es steht für��retel. Es steht! staro! Das ist etwas vorbeginer. Ja. Ja, 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 ja. Hey, lass... Oh! 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 On perds du terrain! Non. Non. Plus vite! Il ne faut pas le perdre! da ist er so die tappen haben ihren hund auf mich gehetzt Zeit eure Not zu beweisen Che Geht so schnell 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 Ansonsten schwimmen wir nach Hause! Feuer! Bereit zum Feiern! Wir haben uns erwischt! Das war ein Krampfwasser! Feuer! Adiwali hat sein Schiff gestrandet! Eine neue Taxi. Er rettet seine Crew. Nein! Er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht! Verfolgt ihn, Shay! Ich mache einen Bogen! Hey! Dumb- 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 We can corner him! Just keep pushing! Ihr seid schnell, Junge! Aber nicht sehr klug! Aber nicht sehr klug! Dumb- 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 und wir müssen das dann.